Was ist die Frage, die Entwicklung für wen und Wachstum für wen? Was ist die Frage, die Zukunft für wen und Wachstum für wen und Wachstum für wen und Wachstum für wen und Wachstum für wen? Das ist ein Modell, das einfach sagt, in dem Moment, wo der Markt so frei wie möglich funktioniert, entsteht Wirtschaftswachstum und irgendwann werden davon auch alle profitieren. Da wird es einige geben, die kurzfristig zu den Verlierern gehören, aber die sind nun mal einfach nicht wettbewerbsfähig, das sind eh keine wirtschaftlichen Existenzen, die auf Dauer gebaut sind. Nun ja, die werden sich ja dann anpassen und insgesamt durch sinkende Preise und so weiter haben alle einen Vorteil davon. Das ist eine ganz einfache Logik, die schlichtweg falsch ist, die auch empirisch widerlegt ist, weil es so gut wie kein Freihandelsabkommen gibt, bei dem genau dieser Effekt eingetreten ist. Das Freihandelsabkommen haben den Effekt, dass sie ganz bestimmte Gruppen bevorteilen und andere, vor allem die schwachen Produzenten oder kleinere Produzenten massiv benachteiligen, wenn Freihandelsabkommen nicht ganz klar Punkte enthalten, Sicherheitsklauseln enthalten oder eben auch so konstruiert sind, dass sie diesen Effekt nicht bekommen. Mir ist aber kaum ein Freihandelsabkommen bekannt, was genau diese Effekte hat, weil es widerspricht genau der Freihandelslogik. Nun sagt zum Beispiel die Europäische Union, angesprochen eben auf Freihandelsabkommen, dass sie sagt, also sie glaubt diese Logik und die vertritt sie auch am Beispiel des Freihandelsabkommens in Kolumbien, dass sie sagt, naja, über kurz oder lang bringt dieses Freihandelsabkommen auch den armen Menschen in Kolumbien oder in Peru, mit dem das Abkommen ja auch abgeschlossen ist. Vorteile und angesprochen auf die Situation der Menschenrechte, spricht die Europäische Union ständig davon, naja gut, ein solches Abkommen wird auch dazu führen, dass die Situation der Menschenrechte verbessert wird. Es spricht wirklich davon, dass sich die Situation verbessert wird, weil es eben Menschenrechtsklauseln in diesen Abkommen gibt, so auch in dem von Kolumbien. Und dieses Abkommen, diese Klausel würde dazu führen, dass sich die Situation der Menschenrechte verbessert, weil zum ersten Mal seien sie international verpflichtet, festgeschrieben worden, dass Kolumbien eben sich gewissen internationalen Standards unterordnet. Wir haben schon gehört von Stefan, dass das zum großen Teil leere Luftblasen sind, weil es keinen Sanktionsmechanismus gibt und so weiter. Aber auch wenn es eine ganz starke, effektive Menschenrechtsklausel gäbe in einem solchen Abkommen, kann auch die beste, effektivste Menschenrechtsklausel kein schlechtes Freihandelsabkommen heilen. Denn wenn das Abkommen an sich, unabhängig von der Menschenrechtsklausel, dazu führt, dass Menschenrechte untergraben werden, dann kann man das auch nicht dadurch heilen, dass man irgendwo ein Kapitel schafft, in dem steht, es gibt aber eine Menschenrechtsklausel, dass das Abkommen aussetzt, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Ich will zwei Beispiele nennen, die aus meiner Sicht deutlich zeigen, dass dieses Abkommen droht, Menschenrechte ganz massiv zu verletzen. Das erste Beispiel ist die Frage, ist das Recht auf Nahrung. Das Recht auf Nahrung, vor allem von Menschen im lernlichen Raum, hängt davon ab, dass Menschen ein Einkommen haben, das ihnen ermöglicht, Nahrungsmittel zu kaufen und sich eine Existenz zu sichern. Das Abkommen enthält aber beispielsweise eine Klausel, die dazu führt, dass binnen 15 Jahre schrittweise die Importzölle in Kolumbien für Milchpulver gesenkt werden. Das fängt ganz zaghaft an mit einigen Millionen Tonnen und steigt dann weiter an. In 15 Jahren wird es keine Quoten mehr geben und keine Zölle mehr geben auf Milchpulver, was schlichtweg dazu führen wird, dass billiges europäisches Milchpulver, billig gemacht durch massive Subventionen der Europäischen Union, möglicherweise den Milchmarkt in Kolumbien nominieren wird. Wahrscheinlich nicht unbedingt derjenige, der im ganz kleinen Bereich noch stattfindet mit Frischmilch und so weiter, aber doch wahrscheinlich sehr stark den industriellen Milchmarkt, wenn es um die Frage der Milchweiterverarbeitung geht und so weiter. Das heißt, das sind die Bereiche, wo eine massive Verdrängung stattfinden wird, wo viele Kleinstbauern eigentlich, die wenige Kühe oder auch nur eine Kuh haben, die ihnen ein geringes Einkommen sichert, ihre Existenz verlieren werden und kein Einkommen mehr haben werden, sprich sie haben Schwierigkeiten, sich zu ernähren, das Recht auf Nahrung wird verletzt. Das zweite Beispiel ist das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Gesundheitsversorger. Da kann man den ganzen Aspekt der Gesundheitsdienstleistungen sehen, die dort zu liberalisieren sind. Das Beispiel, das ich aber bringen möchte, ist der Schutz geistiger Eigentumsrechte. Was hier so nett klingt mit Schutz geistiger Eigentumsrechte, ist in Wirklichkeit der Schutz der Geschäftsinteressen von großen Pharmakonzernen. Denn das Freienhaltsabkommen mit Kolumbien enthält eine Klausel, dass es massiv erschwert Generika auf den Markt bringt. Generika, also Nachahmerpräparate von Medikamenten, die erschwinglich sind, also die viel günstiger auf den Markt kommen als Originalpräparate. Das Abkommen enthält eine Klausel, die festschreibt, dass Generikahersteller fünf Jahre länger warten müssen, bis sie Medikamente auf den Markt bringen können, wenn sie nicht komplett eigene Forschungsreihen zur Wirksamkeit und zur Effektivität von Medikamenten selbst erbringen können. Das kann kein Generikahersteller. Das ist auch nicht der Sinn von Generika, alle möglichen Testsreihen nochmal zu wiederholen. Das heißt, de facto verlängert sich die Patentfrist für Pharmaunternehmen um mindestens fünf Jahre, was dazu führen wird, dass einfach Menschen länger warten müssen auf den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten. Das Recht auf Gesundheit wird massiv verletzt. Wer gewinnt, wer verliert? Wir haben es heute hier sehr deutlich gehört. Ich muss es nicht noch einmal wiederholen. Es ist klar, dass dieses Abkommen, wie es in der derzeitigen Form vorliegt, so nicht in Kraft treten darf und dass alles daran gesetzt werden muss, dieses Abkommen in Kolumbien, in der Europäischen Union zu verhindern, dass es so nicht in Kraft tritt und diese Debatte über dieses Abkommen zu nutzen, die Frage zu stellen, wie kann man tatsächlich zwischen der Europäischen Union und Kolumbien zu fairen Beziehungen, auch zu fairen wirtschaftlichen Beziehungen kommen, die den Menschen nutzen und eben nicht in erster Linie den großen Konzernen. Beziehungsweise für die Dis Geoff und den Haus der Gruppen Beziehungen Beziehungen Untertitelung des ZDF, 2020